Den Wunsch, von wem würdet ihr gerne weitergespielt werden, wenn ihr sozusagen aussteigt, aber die Rolle beibehalten werden soll? Wir haben ein paar Vorschläge für euch. Ich dachte, wir helfen euch vielleicht mit Inspiration. Wenn mal jemand von euch aussteigen könnte, hier zum Beispiel. Jascha, das Uschiglas. Oh, bist du fies, ey. Wir haben noch einen zweiten Vorschlag für euch. Vielleicht wäre das ja auch eine Alternative. Mein Name ist 15. Jörn. Wer ist das? Wer ist das? Na komm, wer ist das? Ich habe keine Brille auf, ich darf das nicht. Übrigens, Grüße an unsere wahnsinnig gute Dame, die Photoshop im Schlaf beherrscht. Man sieht es kaum. Das ist Otfried Fischer. Eine Idee hätten wir noch, wer den anderen weiterspielen könnte. Das vielleicht? Das sieht auch geil. Ich sehe ein bisschen aus wie Brad Pitt, finde ich.